Die Wohnung hat ein enges, schachtförmiges Zimmer mit zwei Bücherregalen, einen in die Wand eingelassenen Schrank und ein Bett. Bevor ich die Wohnung wieder verlasse, rufe ich meinen Partner an. Sachlich und ruhig erkläre ich ihm, dass ich nicht zurückkehren werde. Warum? fragt er mich. Du reist nach Mexiko, mit mir Schluss zu machen? Ich weiß, wohin ich will. Ich sitze an der Bar und wechsle ein paar Worte mit dem Barkeeper, stürze mein Bier herunter und nehme die Treppen in den Darkroom. Ein langer, krummer Kreis. Körper gehen, blicken und reagieren aufeinander in einer ständigen Prozession, der ich mich anschließe. Ich fühle mich wie ein Koffer auf dem Gepäckband am Flughafen und warte, von meinem vorübergehenden Besitzer erkannt zu werden. Wer wird mich, das Objekt, herausfischen und mit mir in einer der kleinen Kammern verschwinden? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.